Hallöchen und Willkommen zurück zu Phantasmart, einem Live-LP an einem Sonntagnachmittag. Wenn YouTube auch mal bei einem Live-LP oder einem Lasschen dabei sein will, schaut doch einfach mal in der Videobeschreibung nach. Dort sind meine Streaming-Kanäle verlinkt. Ja, dann machen wir hier gleich mal weiter. So, weiter zum Denkmal. Diese ganzen komischen Buchstaben und was weiß ich, was da ist. Die Grabsteine sind allesamt namenlos. Hier ist sonst nichts weiter, oder? Oh. Oh. Okay. Ziel. Totengräber. Da kann ich noch nicht hin? Seltsam, die Tür ist verriegelt. Aber es gibt weder Griff noch Schloss. Ich glaube nicht, dass der Friedhofswächter noch hier wohnt. Okay, wir haben das und das hier. Kerzenlicht. Vielleicht war jemand kürzlich hier. Was ist das denn für ein Ding? Was habe ich eigentlich dabei? Ein Meisel. Aber können wir einfach so kaputt kloppen. Meisel, Meisel geht immer. Meisel ohne Hammer ist best. Da haben wir jetzt eine goldene Kugel rausbekommen. Und da ist eine Aussparung am Grab. Wollen wir auch noch irgendetwas machen müssen? Okay. Wir spüren, das Spiel war mal ein bisschen langlaufwiegriger. Aber, ja, läuft. Oh. Sesam öffne ich. Nur, ob so gut ist, da reinzugehen, ist die andere Frage. So, wir haben schon wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Die Bank ist staubbedeckt. Das Klavier wurde länger nicht mehr gespielt. Aber warum sind hier überall diese Kerzen an? Außer Geflüster. Und ein Spiel. Wo weg... Mal rausgucken. Ist auch nicht schlecht. So, jetzt weiß ich wenigstens, wo die Klaviertasten dann demnächst hinkommen. Zweig, eine Pfeife. Das hier ist die Pfeife. Einem Zweig. Das nehmen sie aber nicht an als Zweig. Die haben am besten gleich einen ganzen Baumstamm hier, oder was? So, Wimpel. Wobei ich noch nicht mal mehr weiß, was das war. Lin... Lil... Was? Eine Lilien. Lilien. Mann, Gott, der Güte. Ah, da sind zwei. Lilien. Was ist denn diese, ne? Ein Spinnennetz. Man könnte das da oben fast als Spinnennetz nehmen, aber ich nehme das in der linken oberen Ecke. Ein Spazierstock. Eine Laterne. Wo könnte eine Laterne sein? Die Zange haben wir hier. Das ist ein Stift. Eine Mundharmonika habe ich auch schon gesehen. Ein Hufeisen. Ein Wimpel? Ach, das ist das... Na, stimmt. Das war das komische Wimpel. Jetzt nur noch die Laterne. Diese schöne Laterne da draußen vielleicht? So, eine Klaviertaste. Den Rest brauche ich ja wohl nicht mal vorlesen. Hier fehlen Tasten. Play. Für Song of a Dead. Das funktioniert nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es sind alle fünf Tasten da. Oh, da haben ein paar Tasten gefehlt. Äh, ein paar Tasten. Geil, jetzt darf ich... Mist, wie war das? Ah, eins zu tief. Mist. Ich bin wieder von vorne. Oh, Problemlöser sind wir. Weiter zur Grabstätte. Okay, jetzt wird es aber langsam richtig komisch. Also gehen wir weiter zur Grabstätte und gucken, was auf uns zukommt. Welches Grab ist das? Eine Kassette drinnen. Okay, Moment, um zu streichen. Ich bin sicher davon. Aber nein, oh nein, ich werde nicht so schnell verabschieden. Wenn ich dieses Geld nicht bekomme, dann wird niemand. Niemand! Ich, ich, ich verabschiede meine Maschine und verabschiede die Fahrzeuge, damit niemand von mir, weniger als ich, sie finden würde. Hörst du mich? Niemand wird sie immer finden. Nicht sogar du! Könnten wir uns sogar nochmal anhören? Ist ja lustig. Kerzen leuchten, aber die Blumen sind schon lange verwelkt. Oh Gott. Eh? Eh? Cool. Fieler, Fieler, Fieler Fieler, Fieler, Fieler Fieler, 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 Fieler Fieler, 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 Fieler Mal gucken, ob das so eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Geht denn jetzt ab? Was? Äh. Ist das jetzt was zu bedeuten? Sollte zu dem Mädchen zurückkehren. Vielleicht werden wir gemeinsam daraus schlau. Jetzt sind die nur noch ein paar Kisten, das war es aber auch schon. Wenn wir jetzt zurückgehen. Wir werden doch bestimmt irgendwas auf uns warten, so habe ich so langsam das Gefühl. Also zum Beispiel ein Wimmelbild. Ja, das wartet immer, ne? Knoblauch. Eine Kette. Ein Fingerhut. Ein Nest. Eine Maske, ein Brecheisen. Maske. Vor allem dieses Brecheisen mal wieder. Lustig, lustig. Brech, brech. Das. Ein Engel. Auf dem anderen habe ich jedes Mal einen Engel gesehen, aber hier sehe ich jedes Mal ein Schiff. Hat das auch was zugesagt? Engel. Ich suche auf jeden Fall noch einen Teddybär. Das sehe ich raus. Einen Smiley habe ich hier, aber keinen Engel. Kriegt mir nichts. Eine Wespe. Ein Keks. Das sieht mir aus wie der Keks. So. Einen Keks haben wir schon mal. Ach, das da oben soll die Wespe sein. Okay. Ich habe es noch nicht mal mit dem Engel. Die Engel verfolgen mich. Sie kommen immer näher. Schon wieder Montharmoniker und ein Hufeisen. Let me do morscht. So. Sind wir hier auch schon durch. Ein Brecheisen für jede Lebenslage. Perfekt, um irgendwo einzubrechen. Die Lichter sind erloschen. Die Lichter sind erloschen. Farbmuster. Ähm. Okay. Lol. Lustig. Und noch ein Rimmelbild, weil es so schön war. Eine Gabel, eine Zigarre. Ein mysteriöser Schlüssel. Was? Das ist ein mysteriöser Schlüssel. Zigarre. Zigarre. Da haben wir die Holzgabel. Einen Schirm, weil es hier sowieso gerade pisst wie sonst was. Haare. Weizen. Weizen. Ach, da oben. Kugeln. Haben wir hier. Rauch. Lauch. Ich lese Rauch. Und es ist lauch. Und ich schlecht. So, einen Ring. Ja. Ein Ring. Ein Ring. Ein Ringelding. Da ist ein Ring. Einen Tannenzapfen haben wir hier. Ein Wolkenneue. Muss das Büschel da unten sein? Ein Ventilatorflügel. Was? Ach, da unten. Ich hab gedacht, es fliegt jetzt wirklich nur ein Flügel von einem Ventilator hier rum. Aber, was ist der Röser Schlüssel? Ein rätselhafter, verzehrter Schlüssel. Welches Rätsel dieses Hotel hier mit wohl gelüftet wird? Einer von acht Schlüsseln, glaub ich. Acht müssten es, glaub ich, gewesen sein. Und ich weiß schon, welche Tür damit gemeint ist. Oder ich hab ne Vermutung. Wenn ihr auch dieser Vermutung seid, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn euch dieses Live-Appill gefallen hat, könnt ihr auch natürlich auch mal in der Videobeschreibung gucken. Dort sind meine Streaming-Kanäle verlinkt. Und dann wünsche ich den YouTuber natürlich noch weiterhin einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Davio. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020